Teil 1 Die wichtigsten Grundlagen der Psychologie Um die Psychologie zur Verbesserung ihres Lebens nutzen zu können, sollten Sie zunächst wissen, was darunter genau zu verstehen ist. Denn sie ist ein sehr umfangreiches Gebiet, das von Laien oft zu einseitig verstanden wird. Beginnen möchte ich mit einer einfachen Begriffserklärung. Der Begriff Psychologie stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt Seelenlehre. Psyche steht dabei für Seele, Geist oder Bewusstsein, die Logia ist die Lehre von etwas. Da es sich bei der Seele aber um einen Begriff handelt, der wissenschaftlich, zumindest bisher, nicht nachweisbar ist, bewegte sich ein nach Verständnis über die Psyche Suchende jedoch gezwungenermaßen auf nichtwissenschaftlichen Pfaden. Deshalb war die Psychologie bis Ende des 19. Jahrhunderts Teil der Metaphysik, einer philosophischen Disziplin, die sich mit dem beschäftigt, was nicht zu der durch unsere Sinne erfahrbaren Welt gehört und Fragen nach den tieferen Gründen und Zusammenhängen der Existenz stellt. Aus diesem Grund ist die Psychologie eines der jüngsten wissenschaftlich anerkannten Forschungsgebiete, obwohl bereits in der Antike die ersten Thesen zur Psyche des Menschen entstanden. So entwickelte der griechische Philosoph Platon, 428 bis 348 vor Christus, bereits das erste Schichtenmodell der Seele, welches im späten 19. Jahrhundert von dem Neurologen Sigmund Freud wieder aufgegriffen und zum Strukturmodell der Psyche wurde, mit dem wir uns später noch näher auseinandersetzen werden. Sigmund Freud war im Grunde der Vater der Psychoanalyse. Er führte zusammen mit einem Kollegen, dem Internisten und Physiologen Josef Breuer, die erste erfolgreiche Psychoanalyse durch und erfand somit diese Behandlungsform. Seine Theorien hielten über die Zeit jedoch nur zum Teil stand und wurden bald von denen seines Schülers, Karl Gustav Jung, abgelöst. Doch auch lange vor Freud, seit tausenden von Jahren, zerbrachen sich die größten Geister der Menschheit den Kopf über das Bewusstsein und die Seele des Menschen und verfassten zahlreiche Abhandlungen und Theorien darüber. Zur wissenschaftlichen Disziplin wurde die Psychologie im Jahr 1879, als Wilhelm Wundt an der Universität Leipzig das erste Institut für experimentelle Psychologie gründete. Somit könnte man Wundt als Vater der Psychologie als Wissenschaft sehen, jedoch sind auch seine Thesen heute kaum noch von Interesse. Dies liegt vor allem daran, dass Wundts Theorien sehr vielschichtig und von den meisten Menschen unverstanden waren. Gleichzeitig weigerte sich Wundt die Existenz einer Seele anzuerkennen. Er wurde bereits gegen Ende seiner Karriere zum Außenseiter. Heute wird seinen Werken und Theorien so gut wie keine Beachtung mehr geschenkt, obwohl einige davon nach über 150 Jahren immer noch aktuell und lesenswert sind. Sigmund Freud und die Geburt der Psychoanalyse Aus der Psychologie als Wissenschaft wurde dann im Jahre 1896 die Psychoanalyse geboren, als es Sigmund Freud gemeinsam mit Josef Breuer, Arzt, Internist, Physiologe und Philosoph gelang, die psychologischen Symptome einer Patientin zu heilen. Die beiden Ärzte erreichten dies, indem sie die Patientin durch Gespräche ihre ursprünglichen Traumatisierungen erkennen und aussprechen ließen. Dabei orientierten sie sich in ihrer Vorgehensweise an dem Theaterstück König Oedipus von Sophocles, was sehr deutlich aufzeigt, wie die Arbeit frühere Philosophen die Entwicklung der Psychologie und Psychoanalyse beeinflusst hat. Denn der griechische Dichter Sophocles lebte kurz nach Platon und fungierte neben seiner dichterischen Tätigkeit und den politischen Ämtern auch als Priester und Medium. Darüber hinaus arbeitete er ebenso mit Träumen, wie Freud es später tat. Die Grundlage der Psychoanalyse nach Freud ist der sogenannte psychische Determinismus. Dabei handelt es sich um das zentrale Prinzip von Freuds Lehre. Es gibt kein zufälliges Verhalten, alles unterliegt bestimmten seelischen Gesetzmäßigkeiten, die Freud in verschiedenen Modellen ausdrückte. Darüber hinaus arbeitete Freud daran, die Psychoanalyse zur Heilung von seelischen Störungen zu erforschen und zu verbessern. Dafür nutzte er anfangs insbesondere Werkzeuge wie die Hypnose als Möglichkeit, mit dem Unbewussten einer Person in Kontakt zu treten. Recht bald jedoch trat ein unangenehmer Nebeneffekt der Hypnose auf. Die Patienten verliebten sich in ihn. Aus diesem Grund griff Freud von diesem Punkt an auf die Traumdeutung zurück, um eine Verbindung zum Unbewussten herzustellen. Die wichtigsten Modelle der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Freud entwickelte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Modelle und Theorien über die menschliche Psyche, von denen einige noch heute Bestand haben und vielfältige Anwendungen finden. Die wichtigsten Modelle möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen, denn sie beschreiben treffend die Grundstruktur der Seele eines jeden Menschen. Auch wenn eine dieser Theorien mehr als umstritten und fragwürdig ist, lohnt es sich dennoch, diese nicht nur zu kennen, sondern auch darüber nachzudenken. Das Instanzenmodell Beim Instanzenmodell handelt es sich um ein Modell, das die Persönlichkeit des Menschen sowie ihre Funktionsweise beschreiben soll. Freud gliederte diese in drei Ebenen auf, das Es, das Ich und das Über-Ich. Beim Es handelt es sich um einen unbewussten und triebgesteuerten Aspekt des Menschen, um seine angeborenen Instinkte. Es ist von Geburt an existent und zuständig für die Erfüllung von Bedürfnissen. Es steuert den Menschen also nach dem Lustprinzip. Dieser Persönlichkeitsanteil ist für den Menschen überlebenswichtig. Denn da das Ich und das Über-Ich sich erst später im Kind entwickeln und durch Erziehung und Erfahrungen geprägt werden, ist das Es zum Beginn unseres Lebens der einzige Aspekt, der uns überleben lässt. Ein Baby weint, wenn es Bedürfnisse wie Hunger, Kälte oder Durst verspürt. Dieses Weinen wird vom Es ausgelöst. Das Es steuert somit das noch unbewusste Kind und treibt es an, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Mit zunehmender Persönlichkeitsentwicklung entstehen im Kind dann das Ich und das Über-Ich. Das Ich entspricht hierbei dem Ich-Bewusstsein, dem bewussten Denker. Seine Aufgabe besteht in einer Vermittlerfunktion zwischen dem Es und dem Über-Ich, welches dem moralischen Kompass oder Gewissen eines Menschen entspricht. Das Ich muss Wege finden, die Bedürfnisbefriedigung einer Person mit der Realität in Einklang zu bringen. Das tut es wiederum, indem es auf die moralischen Aspekte des Über-Ichs zugreift und diese mit den Bedürfnissen des Es abwiegt. Das Ich findet Kompromisse und kontrolliert somit unsere instinktgesteuerten, rein bedürfnisorientierten Impulse. Zur Verdeutlichung stellen Sie sich vor, was geschehen würde, wenn Sie jedem Ihrer Bedürfnisse sofort folgen würden, ungeachtet der Konsequenzen. Wie würde das soziale Leben funktionieren, wenn sich jeder einfach nimmt, was er gerade möchte, oder nur das tut, wonach ihm gerade ist, ohne Rücksicht auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen? An dieser Stelle sollte klar werden, wie das Ich und das Über-Ich einzig aus den Werten, Normen und Moralvorstellungen der Gesellschaft und vor allem unsere Eltern geprägt sind. Im Grunde kann man das Über-Ich als verkörperte Kraft der gesellschaftlichen Moral betrachten und das Ich als eine durch Erziehung geprägte, steuernde und Entscheidungen treffende Instanz, während das S dem Unbewussten entspricht, sowie den Trieben eines Menschen. Dieses Instanzen-Modell hilft nicht nur die grundlegende Psyche einer Person besser zu verstehen, sondern es dient als Mittel im Falle einer Störung der Persönlichkeit zu erkennen, welcher Teil derselben betroffen ist oder an welcher Stelle die Kommunikation zwischen den einzelnen Instanzen gestört ist und wie das Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Das Eisberg-Modell Dieses Modell benennt sich nach dem Prinzip, dass von einem Eisberg lediglich 20% sichtbar sind, während der Großteil verborgen unter der Wasseroberfläche bleibt. Jedoch stammt es tatsächlich nicht von Sigmund Freud, sondern wurde im Laufe der Zeit immer wieder als Analogie herangezogen, um Freuds eben erklärtes Instanzen-Modell zu verstehen. Dennoch möchte ich hier kurz darauf eingehen, da Freuds Name immer wieder in Zusammenhang mit diesem Modell genannt wird und viele Menschen es seiner Arbeit zuschreiben. Ursprünglich wurde diese Metapher von Ernest Hemingway geprägt, um seinen Schreibstil zu beschreiben. Später wurde sie hauptsächlich genutzt, um Kommunikationsprozesse besser zu verstehen. Als Analogie für Freuds Instanzen-Modell ist die Eisberg-Metapher im Grunde nur begrenzt dienlich, da sie zu starr ist, um die Dynamik der von ihm beschriebenen Prozesse hinreichend zu erklären. Dennoch möchte ich hier kurz erläutern, worum es beim Eisberg-Modell geht. Schlussendlich handelt es sich hierbei trotz allem um wichtiges psychologisches Allgemeinwissen. Diese Analogie wird überwiegend genutzt, um Kommunikationsmodelle zu veranschaulichen und besser zu verstehen. Sie sagt im Grunde aus, dass es innerhalb von Kommunikationsprozessen zwei Informationsebenen gibt, die Sachebene und die Beziehungsebene, was nichts anderes bedeutet, als dass wir während eines Gesprächs mehr aussagen als unsere Worte. Die Informationsebene ist hierbei die Ebene des gesprochenen Wortes und stellt die stets sichtbare Spitze des Eisbergs dar. Wir hören, was jemand spricht. Seine Worte bilden eine Botschaft, die unmissverständlich sein sollte. Jedoch ist dies nicht der Fall, denn sie machen lediglich 20 Prozent davon aus. Die verbleibenden und verborgenen 80 Prozent der Botschaft gehören zur Beziehungsebene und werden durch Mimik, Gestik oder Betonung kommuniziert. Bewusst wahrnehmbar nur für den, der zuzuhören, zuzusehen und richtig zu interpretieren weiß. Doch auch wenn dieser Teil der Botschaft nicht bewusst wahrgenommen wird, erkennt und reagiert unser Unterbewusstsein darauf, woraus immer wieder Schwierigkeiten und Missverständnisse entstehen. Somit ist das Eisbergmodell in Wahrheit ein Kommunikationsmodell, das von Unwissenden gerne Freuds Instanzenmodell übergestülpt wird. Da dieses jedoch über drei Instanzen verfügt, von denen nur eine wirklich sichtbar ist, nämlich das Ich, ist diese Analogie unzureichend, um die komplexen Zusammenhänge zwischen den drei Persönlichkeitsanteilen Ich, Is und Über-Ich zu veranschaulichen. Das Triebmodell Beim Triebmodell handelt es sich um eine der wohl umstrittensten Thesen Freuds. Er war der Ansicht, menschliches Verhalten würde durch Triebe gesteuert, was man prinzipiell schon dem Instanzenmodell entnehmen kann. Diese Triebe verstand er als psychische Energie, die uns steuert und ohne die wir handlungs- und entscheidungsunfähig wären. So laufen in uns rund um die Uhr bestimmte Prozesse ab, die vom Es ausgelöst und vom Ich und Über-Ich kontrolliert werden und sich wie folgt beschreiben lassen. Jeder dieser Prozesse beginnt mit einem Mangelzustand, zum Beispiel Flüssigkeitsmangel. Das Es registriert diesen Zustand und löst ein Bedürfnis aus, Durst. Nun ist das Ich gefragt, Wege zu finden, den Durst zu stillen, im Einklang mit den moralischen Grundsätzen des Über-Ichs. Wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt beispielsweise an einem Ort befinden, an dem Getränke nicht erlaubt sind, werden Sie je nach Stärke des Bedürfnisses diesen Ort entweder verlassen, um etwas zu trinken, oder Sie warten mit dem Getränk. Freud fasste all diese lebenserhaltenden Triebe unter einem Oberbegriff zusammen. Er bezeichnete sie als den Lebenstrieb oder den Eros, nach dem griechischen Gott der Liebe. Der Eros wird von der Libido gesteuert, die nicht nur nach Lebenserhaltung strebt, sondern auch danach Leben zu erschaffen, wodurch deutlich wird, dass der Sexualtrieb in Freuds Lehre nur ein Teil der lebenserhaltenden Energien im Menschen ist. Dem Eros stellte Freud allerdings eine andere Kraft entgegen, den Todestrieb, oder auch Thanatos, nach dem griechischen Gott des Todes, der wiederum von einer Energie gesteuert wird, die später vom italienischen Psychoanalytiker Eduardo Weiss als Destrudo, Zerstörungstrang, bezeichnet wurde. Fassen wir das mal zusammen. Laut Freud gibt es im Menschen zwei gegensätzliche Grundenergien, die sein Wesen definieren. Den Lebenstrieb, Eros oder Libido, der nach Überleben und Arterhaltung strebt, und den Todestrieb, Thanatos oder Destrudo, der nach Zerstörung und Auflösung strebt. Dieser Todestrieb ist der eigentliche Grund für die Umstrittenheit dieser ansonsten schlüssigen These. Die Vorstellung, es könnte tatsächlich eine solch starke Kraft im Menschen geben, die nach Vernichtung strebt, ist selbstverständlich erschreckend und scheint an den Haaren herbeigezogen. Um Freuds Gedankengänge hier wirklich zu verstehen, darf man jedoch seine eigene Geschichte nicht außer Acht lassen. Wie jeder Mensch war auch Freud geprägt durch seine Erfahrungen und versuchte in dem, was er erlebt hat, einen Sinn zu erkennen. Da er während des Ersten Weltkrieges ein bis dahin ungekanntes Ausmaß an Gewalt und Zerstörungswut des Menschen erfahren musste, wurde der Thanatos zur einzig logischen Erklärung für ihn. Denkt man genauer über den Lebenstrieb nach, wird schnell klar, wie er auf den Gedanken an eine gegensätzliche Kraft kam. Der Lebenstrieb, der sicher nicht zu leugnen ist, strebt im Grunde danach, einen vorigen Zustand wiederherzustellen. Im Falle von Hunger wäre dies zum Beispiel der Zustand der Sättigung, der vorher bestand. Betrachtet man nun das Ausmaß von Gewalt und die dadurch entstandenen Traumatisierungen, die er erlitten haben muss, war die einzig logische Erklärung eine weitere Triebkraft im Menschen. Geht man nun davon aus, dass auch diese Triebkraft danach strebt, einen vorigen Zustand wiederherzustellen und sich in Gewalt und Zerstörung äußert, musste es zwangsläufig einen Todestrieb geben, der danach strebt, den Zustand vor dem Leben, das anorganische, nicht lebendige, wiederherzustellen. Zugegeben, auch wenn so nachvollziehbarer wird, wie Freud auf diesen Gedanken kam, bleibt es genauso verständlich, warum der Thanatos bis heute mehr als umstritten ist. Er ist nicht wirklich greifbar. Den Eros zu begreifen ist leicht, da jeder diese Triebenergie deutlich fühlen kann. Doch den Drang nach Zerstörung wollen wir Menschen gar nicht wahrnehmen, denn er ist mit den moralischen Werten der Gesellschaft nicht konform. Das Über-Ich verbietet es geradezu, den Thanatos als real anzuerkennen. Doch genau da kommen wir an einen Punkt, der diesen Gedanken letztendlich doch verstehbar machen kann, wenn wir nämlich den Thanatos als den Schatten des Menschen betrachten. Jeder Mensch hat ihn. Wir alle haben dunkle Gedanken und Gefühle in uns. Wir sind lediglich darauf konditioniert, diese beiseite zu schieben. Denn genau das ist ja die Aufgabe des Über-Ichs. Selbst Menschen, die an einen Punkt kommen, an dem sie ihre innere Dunkelheit nicht mehr kontrollieren und zurückhalten können, sind soweit darauf ausgerichtet, sie zu ignorieren, dass sie einen solchen Trieb nicht anerkennen können. Wenn der Thanatos also unser Schatten ist, wird die Betrachtung dieser Kraft ein wenig nachvollziehbarer. Es handelt sich um einen natürlichen Teil des Menschen, und solange der Mensch im Gleichgewicht ist, ist der Schatten unter Kontrolle. Nur wer seinen Schatten permanent leugnet und unterdrückt, wird irgendwann aus dem natürlichen Gleichgewicht geraten, da auch diese Energie sich irgendwie entfalten muss. Dies kann nur dann auf eine gesunde und unschädliche Art geschehen, wenn wir hinsehen und uns damit auseinandersetzen. Deshalb ist das Triebmodell für die Psychoanalyse von unschätzbarem Wert. Einzig die Erkenntnis, dass wir einen Schatten haben und die Akzeptanz dieser Tatsache kann uns in den Kontakt damit bringen und so eine Heilung überhaupt erst möglich machen.